Hi meine lieben Freunde und willkommen bei einem neuen Projekt. Das Projekt heißt Hard Reset. Ich habe das irgendwie bei Steam wieder gesehen, blablabla, ich schaue mich ja immer eine Weile um und das fand ich total geil. Es ist absolut erstmal ein futuristisches Game und ich mag futuristische Sachen überhaupt so und von daher, das hat mir schon am Anfang gefallen und ja, storytechnisch habe ich jetzt nicht ganz so die Ahnung, was es geht. Coole ist noch gleichzeitig, es ist deutsch und von daher quatsche ich gar nicht drumherum. Ich habe es nur ganz kurz am Anfang gestartet, damit ich weiß, Ex-Modus, Helden-Modus, Survival-Modus, keine Ahnung, ob das alles funktioniert und ob das mit den FPS so hinhaut. Man kann hier fette Grafikentstellungen irgendwie machen. Wir spielen es mal auf normal, vielleicht ist es auch ein Fehler, egal. Wir hören uns das Intro an, es ist gleichzeitig die Story. Ich bin ein stolzer Soldat der Corporation. Für die PR-Abteilung sind meine Kameraden Wächter des Heiligtums, Verteidiger Bezos. Lustig. Mir geht's um die Kohle. Wir verteidigen das Heiligtum. Ein Netzwerk, das Milliarden digitalisierter menschlicher Persönlichkeiten beherbergt. Die Maschinen sind unser Feind. Die Intelligenzbestien der Corporation haben eine Theorie. Sie glauben, die aktuelle KI sei in ihrer Evolution begrenzt. Das Heiligtum bietet den Maschinen die Möglichkeit, diese Grenze zu überschreiten. Regenier ist aufgelagert im Wartement. Überprüfen Sie Sektor 6. Schon wieder Überstunden. Oh, ganz cooler, ganz cooler Soldat. Mehrere Tote in Sektor 6. Schickt Verstärkung. Verwärts sich, diese Welt. Verdammt nochmal, sind sie blind? Mindestens sieben Tote. Kein Sichtkontakt zum Feind. Roger, CLM 16. Tatort, Sektor 6. Olympischer Bezirk. Alleinheiten, Code Red. Sammeln bei CLM 16. CLM 16. Erkunden Sie das Gebiet. Verhoffen Sie nicht, Amok Fletcher. Warum? Okay. Dieser Sektor ist gefährdet. Begeben Sie sich zur Einbruchstelle, um Sie zu untersuchen und sichern Sie Beweise. Natürlich, machen wir. Das ist Explosiv. Äh, wartet mal. Das Einzige, was ich nämlich noch nicht gemacht habe, ist, wenn ich die Steuerung mal angeguckt. Bla, bla, bla. Oh, was? Achso. Ja. Ähm, keine Ahnung. Aha. Es scheint hier nicht viele Sachen zu geben. Sowas wie Interaktion oder irgendwie. So gibt es hier irgendwie nicht. Kann das sein? Es ist mir vielleicht nur ein absolutes Baller-Game. Das ist auch mal aber nicht schlecht. Belohnung I, P, keine Ahnung. So machen wir das nicht unter M. So viel einfacher. Ne, das wollen wir nicht. Okay, ich würde sagen, das lassen wir mal so. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob die Lautstärke vielleicht denn doch ein bisschen zu leise ist. Vielleicht machen wir es mal 55%. Okay. Aber so scheint es ja in Ordnung zu sein. Aha. Es gibt echt nur die beiden Waffen. Geil. Alter, die kaputt. Gibt es hier keinen Nachladen? Geil, gibt es keinen Nachladen. Was ist das? Aufladung, Objekte, Linder, die Umgebung, Strom, Menschen illuminieren. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich habe es kapiert. Alles klar, es geht den kaputt. Ah, gut, okay. Do not damage security cameras, they are here for your protection. Wow. Alter, geil. Ich hoffe, hier habe ich doch eine gewisse Munitionsanzahl. Ach, die Drop-Munition. Ah, geil. Alles klar. So eine Art... Dürfen Sie die Letter so über die Nase... Hallo. So ein bisschen CEO Sam oder was? Hier so. Nennen Sie Nano-Währung. Ach so, Währung. Okay. Okay. Okay, jetzt geil. Wow, ich habe mich jetzt gerade... ...gar nicht gesehen. Gar nicht gerechnet damit. Das heißt ja... Wow. Geil. Das Game funktioniert wahrscheinlich auch mit der... ...ähm... ...mit der Nvidia-Physik hier. Was ist das hier? Ah, gut. Alles klar. Leben und... ...Geheimnis gefunden. Ah, gut. Okay, alles klar. Leben und Muni. Man, damit was machen? Ne, schade. Mann. Und spring doch mal darauf. Okay. Es ist echt komisch, dass man hier... ...sag ich mal... ...nachladen muss und sowas. Okay. Interessant. Ganz einfaches Spiel eigentlich im Prinzip. Was ist das andere? ...nachladen? Oh. Okay. Wow. Die scheiß Dinger explodieren. Muss ich aufpassen. Kein Nahkampf oder sowas. Was? Was? Munition alle oder was? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. War da was? Wollte mal was gucken. Kriege ich hier irgendwo Strom wieder? Ich weiß nicht. Irgendwie ist die andere Waffe schon alle. Kann das sein? Alter. Okay. Ja, muss ich hier erstmal umschauen. Ich würde gerne wissen, wie ich hier speichern kann. Wow. Okay. Der leuchtet ja an verschiedenen Stellen. Ja, okay. Sie müssen die Energiebarriere deaktivieren. Folgen Sie den Körbeln und finden Sie die Chance vor für das Steuerpult. Okay. Was ist das hier? Ich muss... Wartet mal kurz. Kann ich hier irgendwas machen? Das ist... Ich habe ja keine Bestätigungstaste oder so. Oder es ist einfach nur Werbung sozusagen so. Was war das? Keine Ahnung. Okay. Ist hier auch eine Sekundärfunktion? Oder war irgendwas? Mit Sekundärfunktion. Okay, da kann ich lang. Oder muss ich auch lang. Was ist das hier? Möchte ich aber auch lang. Wie kriege ich das kaputt? Ach, wahrscheinlich irgendwie darüber. Okay. Weil hier war nämlich was. Achso, mein Gott. Kann man das hier irgendwie... Man kann das bewegen. Du musst hin. Nein. Nicht dahin lang rollen. Ich möchte, dass du da lang rollst. Komische Physik. Rolle da lang. Ich bin total stark. Wow. Ah gut, alles klar. Man kann die Autos also auch zerstören. Ich habe nicht mehr viel Leben, sehe ich gerade. 200 von den komischen... Etwas. Wahrscheinlich... Äh... Ähm... Wahrscheinlich Geld. So, hier haben wir zum Glück ja noch Leben. Okay. Der Stromrinne heute... Oh, ja, ja, gut. Okay. Achso, alles klar. Dann kriege ich... Hilfe, Info. Ja, ist gut. Hilfe. Ja, ist gut, man. Ich kann den Button drücken. Guck mal, hier ist auch noch was. Shit! Jetzt habe ich mein explosives Zeug... Missbraucht. Verdammt! Habe ich das vorher gewusst. Aber hier ist auch noch was. Ah, alles klar. Oh Gott. Okay, okay, ich kann mich noch retten. Ist das hier? Keine Ahnung, ich darf dich hier einsammeln. Was bist du? Ich darf dich hier irgendwie einsammeln. Wahrscheinlich ist das blaue irgendwie... Munition für... Für diese andere Waffe. Achso, jetzt kann ich dich hier... Deaktivieren. Ah, okay. Achso, diese Steuerung... Muss ich... Muss mich erst immer wöhnen. Oh, shit! Oh, oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck! Wow! Was, was, was? Okay, keine Ahnung. Es funktioniert auf jeden Fall. Ja, das ist Munition für die Waffe, alles klar. Uh, mit denen habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Dass da was Fettes aus der Wand kam. Gut. Lehm haben wir wieder voll. Da komme ich nicht... Also, da komme ich nicht von außen rein. Ist auch egal. Eine Zone für... Kann man jetzt hier irgendwas drücken? Das ist geil. So eine Werbung. Okay, wir gehen weiter. Von hier unten kamen wir, wa? Ich glaube ja. Erstmal hier so ein fettes Secret. Ist Upgrade verfügbar, alles klar. Noch mehr von diesem Zeug. Dahinter ist auch noch was. Oh, oh. Ich lasse, dass das Auto auch noch kaputt geht. Da müssen wir aufpassen. Yeah. Da ist noch ein bisschen Munizium für die... Kann man jetzt irgendwas machen hier? Oder ist es echt nur einfach nur so Random Werbung? Ich glaube, das ist einfach nur Random. Why are you leaving? Oh! Ha! Ist klar. Da ist auch noch was. Kann man hier rein? Nee. Was ist das hier für ein Gehl? Ist das einfach nur ein Leuchtmittel? Gut. Man muss ja alles austesten. Hier hinter könnte ich auch, aber da war ich ja schon. Gut. Alles klar. Wir gehen weiter. Schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Okay. Oh, noch mehr. Wo kriege ich denn? Achso, Inventory. Ah. Okay. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier heißt, wir erleben einen dicken, fetten Hard-Reset. Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch. Jetzt fallen wir weiter. Ja. Ich bin glaube für mich. Vielen Dank.